Schönen guten Abend miteinander, schön, dass Sie wieder dabei sind. Susan, kannst du übernehmen? Ich muss noch etwas studieren. Okay, hallo miteinander und guten Abend. Ich stelle Ihnen heute einen werbenden Sauerkrubtopf vor mit Bullenstreifen. Meine Zutaten für heute sind... Das Besondere an diesem Sauerkrubtopf sind die Cranberries, die ich aufkocht habe im Äpfelwein. Dann schön zogen, die Quellen abtropfen lassen. Jetzt einen Teil habe ich gerade gehackt für die Marinade für das Boulé hier drin. Das habe ich in Streifen geschnitten, Knobi dazu, Thymian dazu, Öl und dann kommen noch die Cranberries. Ja, René. Am Montag ist doch Valentinstag. Ja, so ist es. Dann muss man es einer Frau etwas schenken. Ja, ja, jetzt schon. Und das mische ich jetzt gut. Und dann geht das ab in den Kühlschrank hinein. René, kann ich dir die gerade geben in den Kühlschrank hinein? Ah ja, klar. Danke vielmals. Ja. Hier neben zur Preusel jetzt bereits ein wenig. Da nehme ich ja von Andämpfen vom Äpfel, vom Siebeln und vom Thymian. Das lohnt sich im Voraus zu machen, dass es wirklich mehr Aroma hat. Und jetzt gebe ich das rohe Sauerkrutt dazu. Das hat ja so viel Vitamin C drin. Und gerade jetzt in dieser Jahreszeit, wie wir jetzt haben, ist das Bild genial gegen Riffi. Hast du denn noch mehr von diesem Sauerkrutt? Ja, dazu habe ich noch ein Pack. Brauchst du das noch? Nein. Dann kann ich das auch? Ja, ja, klar. Das auch gut hier dämpfen. Und jetzt lasse ich das mit dem aufgefangenen Äpfel, wo ich vorher die Cranberries aufgekocht habe. Das gebe ich hinein. Und bei kleiner Stufe lasse ich das jetzt hier etwa während einer Halbstunde kochen. Währenddessen kann ich bereits die Harttöpfel davon schinden. Und dann die in Viertel schneiden und dann oben drauflegen auf das Sauerkrutt. Und dann lasse ich weiter in 25 Minuten dämpfen. Was ist das? Das ist Sauerkrutt, das Geschenk für meine Frau auf den Valentinstag. Du meinst aber nicht, dass Lämpfer auf den Valentinstag? Aha, stimmt. Du hast recht. Brauchst du diese Boulet-Brüste noch dort? Nein, aber du meinst, René? Hä? Auf den Valentinstag gibt es sicher etwas Besseres. Zum Beispiel Rosen. Mhm. Alle Rosen, die Coop verkauft, sind von Max Havelard, der Organisation für fairen Handel, gerechte Löhne und bessere soziale Bedingungen in den Ländern der dritten Welt. Auf einem Valentinstag können auch sie von Max Havelard profitieren. In Form von fünffachen Superpunkten. Das war das Ende, René. Aber da gäbe es noch etwas anderes. Die Veleda Hautpflegeprodukte enthalten ein besonders gehaltvolles Fruchtkernöl. Es ist reich an natürlichen Vitaminen und umgesättigten Fettsäuren. Das Öl kommt von der wild wachsenden Rosa Mosqueta aus Chile. Das Wildrose Creme Bad von Veleda verwandelt mit seiner Sahnung milder Konsistenz jedes Vollbad in ein wohltuend sinnliches Erlebnisbad. Dank der natürlichen Öl der Rosa Mosqueta, der Jojoba-Nuss und der Oliven wird die Haut vor dem Austrocknen bewahrt und fühlt sich weich, geschmeidig und pflegt an. Auch das Wildrose Öl und Wildrose Pflegemilch verwöhnen die Haut und machen sie geschmeidig. Und abgefüllt in kleine goldige Kapseln ist das neue Wildrose Intensivgesichtsöl von Veleda der wahre Balsam für müde, gestresste Haut. Und, das wäre doch noch etwas? Ja, dann hätte ich auch noch etwas davon. Ich meine nicht sie, ich meine die Creme. Ja, ich denke auch. Ich brate hier die Boulé-Frosche an. Die sind bereits fertig. Ich habe zuerst die Marinade noch etwas dran genommen, habe sie jetzt Gewürze mit Salz und Pfeffer. Jetzt können wir an die Anrichtung gehen. Du könntest mir erstens ein wenig Cranberries geben. Ja, das sind die. Einfach hier über Sauerkraut. Nur über Sauerkraut? Ja, genau. Super. Wir können das noch ein wenig mischen. Sehr schön. Und jetzt könntest du mir gleich einen Teller geben. Jetzt kann ich hier eine Portion anrichten. Mh. Schön. Es hat sehr viele Spuren-Elemente und Vitamine. Mh, Vitamin C. Mh. Dann noch ein wenig Hartöffel. Noch eine? So. Okay. Okay. Genau. Und dann müsste ich natürlich noch das Boulé drauf tun. Und das mache ich jetzt so ein bisschen beigeln, so wie ein bisschen ein Dürmchen machen. So sternförmig. Das wäre es. Schön. Danke vielmals. Ja, gerne. Danke schön. Jetzt müssen wir es noch garnieren mit einem schönen Zweig vom Thymian. Und das wäre unser Znacht. Das Rezept können Sie noch lesen in der Goob-Zeitung oder im Internet. Und übrigens, wenn Sie mit Sauerkraut kochen, gibt es ja ganz verschiedene Sorten. Es gibt rohes, gekochtes Gewürz, biologisches von Goob Natura-Plan. Wir haben ja mit dem Rohen gekocht. So ist es. Und René, hast du schon ein Geschenk für deine Frau für den Valentinstag? Ich habe noch nicht. Aber ich hoffe noch schwer auf die Wochenende-Knaller. Das Netz Orange-Navelle ist 25% günstiger. Sechs Boulet-Brüschli sind 33% günstiger. Und der Goob Natura-Plan Wattländer-Saucisson ist 50% günstiger. Heute zählt doch einfach, was man zahlt. Ja, also drei Super-Sachen darunter. Da kann ich zum Beispiel brauchen... Auf Wiedersehen miteinander. Auf Wiedersehen. Weisst du, so wunderschöne Rosen. Jede Frau erfreut an Rosen. Jede Frau erfreut an Rosen.